Ihr seid das einzige Paar, das es schafft, im Kompromiss glücklich zu sein. Und deswegen ein Toast auf die Hannas. Hast du nicht manchmal Angst, dass Hans sich betrogen oder betrugt? Bei uns ist nur ein Stress. Ich komm nach Hause, lass mich fröhlen. Sometimes every heart is stumbling and every breath must lead to something I'm afraid. Ich hab'n Freund, ne? Ja, ich weiß es schon. Ach echt? Ihr habt euch beim Massieren kennengelernt? Mhm. Und was machst du so für Massagen? Eigentlich ist es genauso, wie die Dreifaltigkeit der erschöpften Herzen immer gesagt hat. Quatsch. Sie hat so schön aus zu sagen. Ja. Ist irgendwie ein Scheißjahr, ne? Ich... Hm. Was glauben Sie, warum brechen Sie nicht zusammen? Aber ich brech ja zusammen. Verzahlt euch! Verzahlt euch! Was sind bei euch eigentlich kaputt? Nicht schlimm. Wenn die Hannas sind, sind einfach mal die Hannas da. Ich glaub' ich bin ein liebenswürdiger Mensch. Hope ich bin jetzt. Mirabel ist jetzt noch mal die Hannas, die Affiliate. Ich bin ein liebenswürdiger Mensch und da nicht zu sein. Ich bin ein liebenswürdiger Mensch, um ich bin die Hannas. Und ich bin bei euch. Ich bin ein liebenswürdiger Mensch. Vielen Dank.